19 weitere unglaubliche Tipps und Secrets in Tears of the Kingdom, die du noch nicht kennst, aber absolut sehenswert sind. Let's go! Jeder von euch kennt ihn hier, Pikango, der Shika-Maler, der uns in BOTW immer geholfen hat, die Erinnerungsorte zu finden. Doch keiner von euch kennt das Geheimnis seines Namens. Alle Namen der Shika sind hier an was Besonderes angelehnt, wie in Kakariko alle nach Früchten benannt wurden. Bei Pikango ist es Pik für Picture, also Bild, An für Uns und Go für Los, also Weiterziehen. Pik and Go, Pikango, passend für einen Maler, der umherreist, um von besonderen Orten ein Gemälde zu zeichnen. Ein weiterer Fakt ist, dass es mir mit Browsern genauso geht wie vielen von euch, einfach nicht mehr zufrieden. Es lag bei zwei Tabs, es ist langweilig und kalt. Bevor es zu spät ist und manche von euch völlig die Hoffnung verlieren, lasst mich euch die Alternative Opera GX zeigen und was ihn so besonders macht. Erstens, ihr könnt euren Browser ganz nach eurem Geschmack gestalten mit GX-Mods und das liebe ich. Background Music, Keyboard Sounds, besondere Wallpaper im Hintergrund und sogar das Schließen und Öffnen von Tabscan Sounds machen, was ich sehr satisfying finde. Aber logisch könnt ihr in der Sidebar auch einfach nur die Features reinmachen, die ihr wollt und alle anderen rausnehmen. Im Store findet ihr Mods für absolut alles, was ihr liebt, von aufregenden Dingen, euren Lieblingssendungen bis hin zu entspannenden Backgrounds, wie ich sie nutze. Zweitens, es gibt eine integrierte AI mit ChatGPT, die ich persönlich absolut endgeil finde. Ihr habt eine Frage an ChatGPT? Dann rein damit. Ihr wollt einen gesamten Text zusammengefasst haben? Dann hier, bitteschön, fertig. Super praktisch und spart unfassbar viel Zeit, dickes Herz von mir dafür. Das zeigt auch mal wieder, egal wer ihr seid, jung, alt, Gerudo oder doch Ilganer, jeder kann hier seinen Nutzen finden. Mir macht Browsern jetzt übrigens auch wirklich viel mehr Spaß, da ihr halt euren eigenen Browser habt und der nicht aussieht wie jeder andere. Genau auf euch zugeschnitten. Drittens, jetzt mein absolut persönlicher Favorit, den ich nirgendwo anders gesehen habe, die GX Corner. Hier bleibt ihr immer auf dem Laufenden mit allen neuesten Gaming-News, die aufkommenden Releases und das alles auf einem Fleck. Ihr müsst nicht nur PC-Gamer sein, sondern könnt zwischen den Plattformen sogar wählen. Für mich persönlich als leidenschaftlicher Gamer ein absolutes Muss und wenn man das erstmal hat, ist es schwer, sich etwas anderes vorzustellen. Doch das war's noch nicht. OPERA GX hat noch einen Haufen von vielen anderen Features, die super praktisch sind und euren Browser zunehmend zu Hause und nicht einer kalten Seite machen. Ich weiß, so einige von euch nutzen bereits OPERA GX, aber falls ihr OPERA selber mal ausprobieren wollt, dann checkt jetzt den Link ganz oben in der Beschreibung ab. Damit nochmals vielen lieben Dank an OPERA GX fürs Sponsoren des Videos und jetzt geht es weiter mit den geheimen Fakten und Secrets. Krasser Unterschied, der nicht nur auf Tears of the Kingdom, sondern scheinbar auf alle Switch-Games bezogen sein soll. Ich habe mir sagen lassen, dass digitale Spielversionen schneller laden sollen als physische Copies der Games, die man beispielsweise am Laden kauft. Ja, richtig gehört, eine Version aus dem Nintendo eShop soll kürzere Ladezeiten in den Games haben als das Spiel aus der Packung. Das ging sogar so weit, dass nur 18 Tage nach Release von Tears of the Kingdom, CDI, also so ziemlich der beste japanische Speedrunner, der erste Spieler ever war, der TOTK in unter einer Stunde, um genau zu sein, in nur 59 Minuten und 22 Sekunden durchgespielt hat. Jetzt ratet doch glatt mal, welche Version des Games er hatte. Richtig, die digitale. Ich persönlich bevorzuge aber immer noch die physischen Versionen als Sammler. Aufgepasst, unfassbar geile Insights direkt von den Entwicklern. Wie ihr alle sicherlich wisst, wurden von Zelda-Communities weltweit jahrelang unermüdlich diverse Theorien aufgestellt, was es mit den antiken Völkern im Dschungel im BOTW auf sich hatte. Keine Sorge, ich will hier nicht in Deep Dive gehen, aber Fans fingen bereits sehr früh an, diesen antiken Stamm Sonau zu nennen und im Englischen Sonai. Das mysteriöse und höchst verrückte, was diesen Fakt eher zu einem ungelösten Rätsel für mich macht, ist, warum? Also, woher diese Namen? Die Sonau slash Sonai gab es in der Zelda-Geschichte vorher nie und wurden auch nie angekündigt. Noch krasser wird es, dass Nintendo dann genau dieses Volk in TOTK dazu brachte und sie Sonau slash Sonai hießen. Falls ihr immer noch nicht verstehen solltet, worauf ich hinaus will, Makoto Yonezo hat die Herkunft des Namens erklärt. So ist Sonau vom japanischen Wort Naso abgeleitet, was Mysterium bedeutet. Es gibt hier also nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder die Fans haben sich den Namen ausgedacht und Nintendo fand den einfach so passend, dass sie die Parallele im Nachhinein gezogen haben. Oder Nintendo selbst plant es schon mit dem Namen und hat ihn absichtlich in die Community mit Gerüchten reingegeben. Auf jeden Fall ist eine solche Entwicklung, dass Spieler die zukünftigen Spiele so genau vorhersagen können, definitiv nicht normal. Okay, das ist by far eines meiner absoluten Lieblingssecrets, das auch ich erst vor kurzem gelernt habe. Wenn man das Spiel startet und einen neuen Spielstand beginnt, dann kommt man relativ schnell in die Höhle am Anfang, wo Ganondorf noch versiegelt ist. Dann, wo Raurus Hand abfällt und Ganondorf wieder erwacht, kennt er Link und das Master Sword? Er sagt sogar Doch und hier kommt die Besonderheit, wenn man sich mal kurz einen Moment nimmt und darüber nachdenkt. Sollte man schnell auf ein ziemlich großes Problem stoßen. Woher weiß Ganondorf überhaupt, wer Link ist? Warum er Link heißt und woher weiß er von dem Master Sword? Ich meine, die Frage ist mehr als nur berechtigt und ich wette, dass euch das noch nicht aufgefallen ist. Zu Ganondorfs Zeit gab es keinen Link und nein, er wurde auch nicht mal nur eine Sekunde lang mit einer Waffe namens Master Sword bekämpft. Dieses Secret ist so geil und wird euch jetzt beeindruckend versprochen. Bei der Versiegelung damals, als Rauru Ganondorf vorübergehend besiegte, sagte Rauru im finalen Moment zu Ganon, dass ein Held namens Link kommt, mit einem Schwert, das die Darkness zielt. Also genau das, was Ganondorf sieht, wenn er wieder aufwacht. You're wrong. Years from now, someone will appear with the sword that seals the Darkness. A swordsman with the power to defeat you. Link. Remember this name. Link. Interesting. Ich brauche dich nicht. Zelda kennt er by the way natürlich dadurch schon, dass sie in seiner Vergangenheit war, aber die Zelda, die vor ihm steht, kennt ihn nicht, da sie noch nicht in seiner Vergangenheit war. Krasses Zeitparadoxon, wo man halbwegs verstehen kann, dass es mehrere Ich gibt, die alle in unterschiedlichen Zeitsträngen leben. Verrückt, aber unfassbar geil gemacht, Nintendo. Mindestens genauso interessant ist, dass Link im BOTW nicht trinken durfte, aber an Theotica schon. Das mag auf den ersten Blick vielleicht unbedeutend wirken, da stimme ich euch zu, verrät uns aber wichtige Infos über sein Alter. In BOTW waren Link und Zelda so circa 16 bis 17 Jahre und in Theotica müssen sie dementsprechend 21 bis 23 sein. Das passt zum einen, wenn man sich anschaut, dass sie jetzt alt genug sind, um trinken zu können und früher nicht. Des Weiteren wird diese Annahme dadurch massiv noch gestützt, wenn man sich andere Charaktere wie Thulin und die Kinder in Kakariko anguckt und mal schätzt, wie viel älter sie jetzt sind. Jetzt werden sich manche von euch fragen, warum Link und Zelda nicht doch 18 sein können. Ihr müsst wissen, dass die Zelda-Reihe hauptsächlich in erster Linie ein japanisches Spiel ist und in Japan gilt man erst mit 20 als erwachsen und ist erlaubt zu trinken. Anhand aller Charaktere kann man also relativ sicher vermuten, dass about 5 Jahre zwischen den Spielen vergangen sind. Und äh, by the way, Link hat sogar das Rezept für den Cocktail bekommen, also... Gönn mal Link! Will auch! Ziemlich lustig, aber super selten gesehen, da die meisten Spieler gar nicht erst in eine solche Situation kommen. Man kann direkt unter der Schnauze von Exalfas stehen und sie merken einen nicht. Weil sie so eine lange Schnauze haben und die Augen nicht vorne sind, also so eher so seitlich am Kopf, ist das ihr blinder Fleck, I guess. Passt aber auch irgendwie zu unseren doofen Freunden. Zumindest würde ich das gerne sagen, aber in Theotica klappt das aus unerklärlichen Gründen nicht mehr und ich habe keine Ahnung, warum in aller Welt Nintendo sowas patchen würde. Denn es macht das Spiel nicht verbuggt, verschlechtert auch nicht das Spielerlebnis des Spielers und der Körperbau der Exalfas hat sie erst recht nicht geändert. Um das Mobbing dieser Viecher auf eine neue Stufe zu heben, was ich eigentlich schon eher putzig finde, während die normalen Exalfas euch mit ihrer Zunge angreifen, die auch durchaus viel Schaden macht, versuchen ihre knochigen Counterparts es leider vergeblich. Sie machen zwar die gleiche Bewegung, aber irgendwie kommt aus dem Mund nichts raus. Ach doch Link, leider schon. Her gehört Freunde, hier kommt ein geheimer Fakt, von dem Nintendo uns Spieler nie etwas gesagt hat, aber mega interessant ist. Nicht nur habe ich euch vor kurzer Zeit schon berichtet, dass man in den Codes des Spiels Sonariumbarren finden kann, sondern jetzt kam sogar noch heraus, dass etwas mit unseren aktuellen Energiesphären der Sonau überhaupt nicht stimmt. Schaut am besten her und überzeugt euch selbst. Der Sonau-Kristall hat in den Codes die Beschreibung Energy Material 1. Der große Sonau-Kristall hat die Beschreibung Energy Material 3 und der riesige Kristall hat die Beschreibung Energy Material 4. Ihr werdet euch bestimmt fragen wollen, äh, Zelda-Meister, wo ist denn da der zweite? Genau das ist ja das Komische daran, der scheint zu fehlen. Egal wie tief man auch in den Codes zu suchen scheint, die gibt es nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Nintendo die einfach 1, 3 und 4 genannt hat, aber dafür haben sie wirklich überhaupt keinen Grund, es sei denn, sie wollen sich selber verwirren. Die allgemeine Vermutung bei den Leuten, die sich tiefer mit der Materie beschäftigt haben, ist, dass es ursprünglich 4 Kristalle geben sollte, aber der zweite wieder rausgenommen wurde, weil der bei den Game-Testern dann als unnötig rauskam. Was meint ihr? Wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da und helft unserer Community auf die magische Grenze der 100.000 Abos zu kommen. Sollte es euch dann später nicht mehr gefallen, dann könnt ihr es jederzeit wieder rausnehmen. Kuss. Danke, Freunde. Hier einer der besten Insights der gesamten Zelda-Geschichte. Ernst gemeinte Frage. Also Ohren auf. Hör auf, so halb eingeschlafen auf den Screen zu gucken. Ja, du, der mich gerade so komisch anguckt. Hör zu und beantworte die Frage. Hast du dich schon einmal gefragt, warum überall Kroksamen rumliegen? Ne, also ernsthaft, ich weiß, die Frage klingt blöd, vor allem weil die faktisch gesehen pure Kacke sind und es dadurch nur Sinn ergibt, dass die Samen überall rumliegen, aber ist das nicht merkwürdig? Hast du dich nie gefragt, warum die Kroks so wild darauf sind, sich überall zu verstecken und das immer einzeln und nie in Gruppen außerhalb des Waldes? Die Antwort auf diese Frage ist so exotisch und eigenartig, dass ich es keinem von euch übel nehme, wenn ihr sie nicht kennt, aber dann solltet ihr jetzt besonders zuhören. Die Samen selbst haben die Kroks meines Wissens nach aus Maronusrasseln geklaut, verschleppt und jetzt versteckt. Um den Hintergrund auch nur halbwegs zu verstehen, müssen wir in das alte Zeitalter der großen See reisen und die Kroks in Wind Waker besuchen. Hier gab es ein jährliches Fest, wo der Dekobaum Samen legte und die Kroks die Samen in alle Ferne trugen, um wieder Bäume und Wälder zu pflanzen, denn ja, aufgrund der vielen Wassermassen gab es ironischerweise nur sehr wenige Pflanzen. Diesem Markt haben wir es wahrscheinlich auch zu verdanken, dass wir heute in Tears of the Kingdom wieder so viel grüner leben dürfen. Die Kroks scheinen dieses Verhalten jedoch mittlerweile so tief in ihrer DNA verankert zu haben, dass sie damit kaum aufhören können und das auch in Theoteka weiterführen. Und weil wir Kroks alle so gerne mögen und lieb haben, kommt hier Real Talk, mein allerliebster Fakt des gesamten Videos, also wirklich, wenn ihr euch auch nur ein Secret des gesamten Videos anschauen solltet, dann dieses hier. Es gibt ein Concept Art von Nintendo, wo über das Aussehen der Kroks diskutiert wurde. Ja, richtig gehört. Ursprünglich sollten die Kleinen nämlich gar nicht so aussehen, wie du und ich sie kennen. Eigentlich war es angedacht, dass sie so kleine, süße, buntflauschige Wesen sein sollen. Der eine sieht, ja, irgendwie aus wie ein Tannenbaum, dann gibt es ein Schaf und einen Schamanen und noch ein paar mehr. Spannende Quizfrage an euch. Wie heißt diese junge, wunderschöne Dame hier? Ich denke, jeder von euch behauptet von sich, die Antwort zu wissen, aber ich denke, niemand von euch Zuschauern kennt ihren vollständigen Namen. Habt ihr wirklich gedacht, die Antwort wäre so einfach wie Riju? Falsch. Es stimmt zwar, und da habt ihr recht, in der Story erfahren wir nie ihren vollständigen Namen, aber dafür gucken wir alle diese Serie hier. Verborgen im geheimen Niger-Versteck gibt es ein Tagebuch, das man lesen kann. Und da ist er. Nach nur ein paar Seiten liest man den vollen Namen. Makila Riju. Eleganz und passend. Schöner Name. Habt ihr euch schon einmal gefragt, welcher der schlechteste Boomerang aller Zeiten ist? Ich weiß, Boomerangs sind in der Community eh schon immer extrem unbeliebt gewesen, aber es wird noch schlimmer. Wenn man mit einem Falkengleiter fliegt, dann despaunt er nach 75 Sekunden. Ich habe mir zu Ohren kommen lassen, dass ebenfalls die Waffe verschwindet, an dem man ihn fusioniert. Mit dieser Frage im Kopf machte ich mich also fleißig ans Werk. Werfen, werfen, werfen und werfen. Nicht lange später passiert es dann tatsächlich. Der Falkengleiter löste sich vom Boomerang, allerdings blieb der Boomerang selbst mehr erhalten. Insgesamt kann man 13 Mal werfen, bis die 75 Sekunden um sind und der Gleiter despawnt. Der Boomerang fliegt dafür zwar auch etwas weiter, aber der Trait ist es dennoch nicht wert. Es sei aber angemerkt, dass die Lifetime des Gleiters nur dann runtergezogen wird, wenn er auch aktiv genutzt wird und nicht, wenn ihr ihn nur haltet. Da der Gleiter aber nur plus 1 Schaden dazu addiert und man den gleichen Effekt auch bei einem stinknormalen Flederweißerflügel bekommt, ist diese Kombination offiziell die schlechteste, die ihr einem Boomerang geben könnt. Ja, selbst ein Apfel ergibt mehr Sinn. Habt ihr schon einmal erlebt, wie die Entwicklung der Nintendo-Spiele abläuft? Nein? Na dann Ohren gespitzt, denn das wäre mir an eurer Stelle sehr unangenehm. Das allerdings nicht, weil man das gesehen haben muss, sondern weil es viel zu interessant ist, um es darauf zu verzichten. Ich habe euch bereits in der Vergangenheit erzählt, dass Nintendo anfangs mit den alten Modulen die neuen Fähigkeiten ausprobiert hat. In diesem Clip beispielsweise sehen wir, wie man mit dem alten Magnetmodul die frühe Ultrahand ausprobiert und Dinge aneinander fusioniert. Was hier eindeutig auffällt ist, dass es gar nicht diesen grünen Schleim zwischen den zusammengeklebten Teilen gibt. Das hat Art-Entwickler Satoru Takizawa gestört und fügte die grüne Masse als Feedbackgeber hinzu, da es so einfacher fällt zu erkennen, wenn Dinge miteinander verbunden sind. Honestly, um ganz ehrlich mit euch zu sein, gefiel das Papa Aonuma am Anfang nicht besonders und fand die Idee eher Mülle, aber nach ein bisschen Testen hat sie ihm dann doch gefallen. Es tut mir leid, ihr werdet mich dafür hassen, dass ich euch das so deutlich vor Augen führen muss, aber ist euch in Theotika mal was an Maronus Belohnung aufgefallen? Richtig, wenn man die und die aus BOTW vergleicht, dann hat der neue Scheißhaufen... Boah, doch tatsächlich eine Schicht mehr. Ja, richtig gehört, der ist eine Etage höher, weil es in Theotika nicht mehr 900 Samen, sondern 1000 Samen gibt und gütig wie Maronus ist, hat er sich bei der Belohnung, ja, diesmal extra viel Mühe gegeben. Ey, boah, Alter, ich kann das nicht mehr. Und als wäre das noch nicht genug gewesen, muss ich euch leider nochmal brechen. Für alle, die sich gewundert oder hart auf das Ziel hingearbeitet haben, nein, man kann in Hyrule nicht Millionär werden. Bei 999.999 Rubinen ist Schluss. Verkauft ihr was, nehmen die Verkäufer zwar rotzfrech eure Waren, aber Kneter bekommt ihr keine. Natürlich kann man sich ein Haus kaufen und die Ausrüstung ist auch noch mordsviel Asche wert, aber zumindest die eine Million glatt hätte Nintendo uns doch gönnen können. Okay, Freunde, unbedingt herhören jetzt, denn wir decken eines der größten Missverständnisse des gesamten Spiels auf. Im BOTW hier steht das Schloss doch, oder? Und hier in THTK ist es doch am Schweben, nachdem es sich aus dem Boden erhoben hat, nicht? Falsch, genau das ist das Missverständnis, das auch ich bis zu diesem Tage heute immer falsch mitgeteilt habe. Also, es tut mir leid, Freunde. Wie sich schockierenderweise herausstellte, ich traute meinen Augen kaum, schwebt das Schloss überhaupt nicht, sondern ein großer, langer Stein hat das angehoben. Man muss zugeben, das sieht wirklich wie Schweben aus und Nintendo hat das definitiv auch so beabsichtigt, aber nein, ein dürrer Stein balanciert das ganze Castle. Wenn da mal ein Windstoß kommt, dann hast du das Schloss in deinem Vorgarten. Und für die wenigen von euch, die immer noch misstrauisch sind, jupp, der Stein ist mit dem Boden verbunden. Hier ein spannender Real-Life-Fakt zu Tarrytown, den jeder kennen sollte. Taburasa, im englischen Tarrytown, ist nach Tarrytown in New York City benannt. Glaubt ihr mir nicht, schaut selbst. Wenn man sich die Karte von New York City anguckt, dann findet man Tarrytown direkt neben dem Hudson River und jetzt ratet mal, wie Dummstar auf Englisch heißt. Jeder, der Hudson gesagt hat, ding, 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 100 Punkte. Wenn ihr das schon cool findet, dann freut euch mal auf den Rest der Serie, denn da discoveren wir noch viele, aber wirklich viele weitere Secrets, durch die wir erfahren, wie so Dinge in Hyrule heißen, wie sie heißen. Und hier zum Abschluss noch eine der wildesten Theorien, die die weltweite Zelda-Community jetzt schon seit geraumer Zeit aktiv verfolgt. So können die Sonau Aliens aus dem Weltall sein. Und halt stopp, bevor du dem Video instant einen Dislike gibst, weil ich Müll erzähle, schau dir das hier erstmal an. Zum einen müsst ihr zugeben, dass es von den Sonau selbst in der Geschichte bisher nur zwei Stück gab, von denen wir auch sicher wissen, dass sie existieren. Mineru und Rauru. Des Weiteren waren sie seltsam stark fortgeschritten in der Technik, wenn Rauru der erste König ganz Hyrule gewesen sein soll. Ich meine, in Spielen, die danach kamen, historisch gesehen, wie Wind Waker zum Beispiel, kann man von der Technik gar nichts mehr kennen und selbst die Technik-Freaks der Schieke heutzutage haben absolut keine Ahnung von der Sonau-Technologie. Weiterhin, und jetzt kommen die wirklich aussagekräftigen Anhaltspunkte, die die Sonau ganz schön in die Ecke treiben. Zelda hat selber gesagt, dass die Sonau eines Tages einfach aus dem Himmel kamen. Für alle von euch, die bis hierhin immer noch nicht überzeugt waren, jetzt setze ich den Deckel auf den Topf. Im Majora's Mars gab es bereits Aliens. Das ist also überhaupt nichts Neues für die Zelda-Reihe und, und jetzt kommt der beste Punkt von allen, wo keiner von euch auch nur ansatzweise gegen argumentieren kann, in einem BOTW-Art-Konzept von vor sieben Jahren sehen wir sogar, dass Nintendo die Idee mit Aliens in diesem Spiel eine Zeit lang ernsthaft angestrebt und verfolgt hat. Ihr seht also schon, Freunde, manche Dinge wirken vielleicht weniger realistisch als andere, aber ausschließend kann man in The Legend of Zelda gar nichts. Freut euch schon mal auf weitere geheimnisvolle Secrets und versteckte Fakten, denn diese Videoserie ist erst dann zu Ende, wenn wir die 1000 Secrets und Fakten erreicht haben. Davor ist das Einzige, was wir aufgeben, einen Brief an die Post. Verlasst euch drauf. Damit nochmals vielen lieben Dank an OPERO GX fürs Sponsorn des Videos. Ich persönlich feiere den Browser enorm, also ladet ihn per ersten Link in der Beschreibung runter und probiert ihn gerne mal aus. Wenn ihr weitere, und das kann ich euch versprechen, noch viel bessere Secrets, Tricks und Random Trivia sehen wollt, dann solltet ihr euch dieses Video hier jetzt unbedingt anschauen. Denn in diesem Video zeige ich euch die brandneue, komplette vierte Staffel unserer Serie mit 100 weiteren unglaublichen Fakten, die jeder Spieler unbedingt gesehen haben sollte. Darunter wie Teile aus Theotica nach der echten Welt erfunden wurden, Beweise wie die Völker untereinander Informationen, von denen wir was anderen geheim halten und vieles mehr. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.